Musik Sie wussten über Mekan Mark Lees, 36, Beziehung mit Prinz Harry, 33, früher Bescheid als alle anderen, ihre Kollegen aus der Erfolgsserie, Suiz. Auch sie sind bereits auf Schloss Windsor eingetroffen. Allen Forenserien Ehemann Patrick J., Adams, 36, und Hava-Darsteller Gabriel Macht, 46. Sie werden von ihren Ehefrauen, Pritili Kilias, Star-Troyan Belisario, 32, und Schauspielerin Jacinda Barrett, 45, begleitet. Holen Sie sich hier die ersten sechs Staffeln der Erfolgsserie, Suiz. Adams hatte sich schon zuvor via Twitter zu Wort gemeldet und liebevoll Worte an seine Serien-Ehefrau gerichtet. Er denke für über den, seltsamen, surrealen und wundervollen Tag nach, den meine Freundin Mekan haben wird. Mekan, wo auch immer du bist, wir sind so dankbar, hier zu sein und zuzusehen, wie ihr diesen monumentalen Schritt zusammen macht. Auch Rick Hoffmann, 47, Gina Torres, 49, und Sarah Rafati, 45, haben sich bereits unter die Hochzeitsgäste gemischt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017